Ich heiße euch willkommen im Dorf und wünsche euch Glück für den Kampf gegen Böses, das auf Schiff haust. Ich bin Ewald, ich fische für Clan in diesem wilden Wasser. Erinnert ihr euch noch an den einen Fischer in Ulgorts Beard, der mit einem Schwert gefischt hat, der hier scheint mit einem Streitkolben zu fischen? Immer wieder toll, oder? Es ist mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen, Ewald. Was könnt ihr mir über diese Insel erzählen? Ein einfacher Fischer, äh, hat keinen Sinn mit euch zu reden, oder? Gut erkannt, wir sind die Gruppe von Thalysa. Wie ihr vielleicht gehört habt, sind wir hier, um Einzelheiten über die letzte Reise Baldurans herauszufinden. Dabei erlitten wir während eines gewaltigen Sturms auf dem schroffen Felsen Schiffbuch. Sag mir mein Herr, wie kommen wir von dieser Insel wieder herunter, wenn wir die Gegend gefunden haben, nachdem wir suchen? Na, das ist ein bisschen zu aufgedroschen, vor allem fragen wir lieber erstmal über die Insel aus. Die Insel ist nicht sehr groß. Bei gutem Wind kann ich umsegeln sie an einem Nachtmittag. Im Norden und Osten von Inseln befindet sich ein natürlicher Hafen. Das Schiff meiner Großväter, das Schiff Baldurans, liegt gestrandet im Nordhafen. Der Osthafen ist unsere große Hoffnung fürs Überleben. Also es gibt im Osten noch einen Hafen. Die Insel außerhalb Dorf sehr gefährlich. Die Ungeheuer, die leben auf Schifft, töten und fressen alles, was sie können, fangen. Hört zu, Außenstehender. Kann ich euch um Hilfe bitten? Was geht es? Ich weiß, dass ihr wahrscheinlich nicht glauben werdet, meine Geschichte. Niemand sonst auf Insel glaubt mir. Mein Bruder verließ Dorf vor zwei Nächten und ist nicht zurückgekommen. Ich weiß, wohin er gegangen ist, obwohl ich ausgelacht werde, wenn ich sage. Fürchtet nicht, dass ich über euch lache, Ewald. Ich habe schon viele sonderbare Dinge gesehen. Das ganze Dorf hier zum Beispiel. Was ihr sagt, mag euch schon der lächerliche Preis geben. Doch wie soll ich das beurteilen, wenn ihr es mir nicht erzählt? Nehmen wir das Erste. Gute Leute, eine Hexe befindet sich auf dieser Insel. Mein Bruder lernte sie die blaue Dame und jene unter uns, die diese Wasser befahren haben, sie alle schon einmal gehört singen. Mein Bruder Evan hat gehört sie öfter als die meisten. Ich glaube, dass er losgezogen ist, um sie zu finden. Ich glaube, dass er sich befindet unter ihrem Bann. Ich muss gehen ihn suchen. Die Hexe wird vielleicht ihn töten. Er ist stark, doch er ist unter ihrem Bann. Ich fürchte, dass sie ihn wieder, dass sie ihn wird töten, bevor ihm wird klar, was passiert. Könnt ihr suchen meinen Bruder? Also ja, blaue Dame, das klingt nach einer Sirene, aber das ist auch allein schon von dem Gesang hier und allem. Sag mir, wo die Hexe ist und ich werde versuchen, sie zu finden. Und mit Sirenen haben wir eh allgemein keine gute Erfahrung gehabt. Die Sirenen am Strand in den Küstenregionen wollten uns immer verzaubern und haben uns sofort angegriffen. Und dann war noch die Sirene im Waldos Tor, die uns, die seine Familie da getötet hat und die wir dann töten mussten, weil sie keine Hilfe von uns wollte. Sag mir, wo diese Hexe ist und ich werde versuchen, sie zu finden. Ich weiß nicht genau, wo sie ist. Ich bin klug genug, sie zu meiden, im Gegensatz zu Evan. Der heißt Ewald und sein Bruder heißt Evan. Aber ich habe sie nur entlang Westküste von Insel singen gehört. Also ja. Nur mit verzauberten Waffen oder Silber verletzt werden können. Wir haben zugeschrieben, Fatricks Puppchen mitzubringen, wenn wir es auf der Insel finden. Sie hat uns erlaubt, auf dem Rückweg mit der Puppe zu spielen. Ewald, der Fischer des Dorfes, hat uns gebeten, seinen Bruder Evan zu finden. Evan ist dem Lied einer blauen Hexe in den Westen der Insel gefolgt. Also wahrscheinlich der Nordwesten. So, damit haben wir eigentlich alles auf dieser Seite aufgedeckt. Außer das Fleckchen da drüben. Oh, und hier drin waren wir noch nicht. Schön offen bleiben, reingehen. Ein leerer Sack. Oh, ist da noch was? Und da ist noch was. Aber hier ist alles leer. Okay. Gut. Dann rast einmal hier herum. Wir wollen schon schön alles aufdecken. Gut, die Moin ist hier angekommen. Dann kann sie hier den Edelstein einsacken. Ich habe genug davon. Ja, und kann hier rübergehen. Ja, unter meiner Würde. So. Dann decken wir das Fitzenchen da noch auf. Und da unten den schwarzen Fleck. Denn ich verschwinde jetzt. Oh, die Moin ist hier angekommen. Gut. Was ist hier drin? Ein Lageschwert, was wir nicht brauchen. Und noch zwei Perlen. Sehr schön. Hat sich das ja schon richtig gelohnt. So, auf die Map. Hier hoch wieder mit ihm. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. So, du verlust die letzten schwarzen Flecke hier aufzudecken. Irgendwie wird das ja schon hinhauen, oder? Ja, fast. Er hat geklappt. Und auch den Punkt. Okay, sehr schön. Und ja, ich bin da ein bisschen pingeliger. Gebe ich voll und gerne zu. So, dann lassen wir Talisa mal wieder zurückraßen. Und sie den Ring wieder anlegen. Dann kriegt Kallit die Schuhe wieder. Und Talisa kriegt die Bodenbehaftungsstiefel. Was machen die nochmal? Widerschaftsfähigkeit gegen Elektrizität. Ja. Aber sie ist schon fast wieder da. Sehr schön. Gut. Wer hat die Heidträcke? Die hat Minz bekommen, genau. Das Brandöl kommt zu ihr. Der Edelstein kommt zu Minz. Heidtränke hier rüber, so. Und immerhin hat noch ein paar Edelsteinchen hier. So. Dann Schuhe wechseln. So. Seekarte, Schlüsselsteine, alles andere stimmt soweit. Bei dir auch? Ja. Gut. Gut. Dann verlassen wir jetzt mal die sichere Stadt. Oder das sichere Dörfchen. Wie auch immer. Ihr seid anders. Du treibst dich außerhalb des Dorfes rum. Du bist mutig. Vielen Dank, dass ihr uns helfen wollt, Außenstehende. Wollen wir mal kurz ein Quicksave machen. Sicher ist sicher. Und das hier ist eine Mühle. Kein Wachtturm. Ah ja, hier hinten sieht man, glaube ich, eine Leiter hochgehen. Naja, irgendwie müssen sie ja auch hier Mehl kriegen. Wobei ich nicht genau weiß, wahrscheinlich hier auf der Ackerfläche werden sie das anbauen. Hier oder so. Wobei sie hier hinten ja auch einen kleinen Acker noch haben. Hier haben sie ihre kleine Baumfarm, die voll ins Bild reinpasst, im Gegensatz zu den Wildwuchsbäumen hier. Und hier haben sie ihre Papyrus oder was auch immer das für eine Plantage sein soll. Äh, nicht Papyrus, Bambus. Papyrus ist ja wieder was anderes. So, ja. Denken wir mal hier schön die Karte weiter auf. Hier ist nur eine große Felsklippe. Da wäre der Weg nach Norden. Also auf den nördlichen Teil der Insel. Ja, die im Gegensatz zu der Eisinsel, wo wir als erstes drauf waren von Olo Gotts Biert aus. Ah, du bist mutig. Das sind zwei Braunbären und der steht einfach neben denen. Was bist du? Noch ein Braunbär. Na, die Leute sind wirklich mutig genug. Ähm. Sich rauszutrauen, trotz Bestien und Bären. So, was haben wir hier? Wenn niemand besser geeignet ist. Hier haben wir ein Blumenfeld mit Tollkirschblüten. Eine eigentümlich riechende Blume, aber sehr hübsch. Ja, beinahe unter meiner Würde. Na, nehmen wir die mal mit. Vielleicht können wir die auch verkaufen. Vielleicht ist die ja auf dem Kontinent. Also auch Farun oder Farun. Ich sage eigentlich lieber Farun dazu. Ist sie ja vielleicht viel wert. Vielleicht ist sie dort selten. Oh, hier sind noch ein paar zum Pflücken. Hier braucht man, man kann es ja mal versuchen. Na dann, machen wir nochmal fünf Stück. Was wollt ihr? Schnaps, die Kalit. So, und hier geht es nochmal auf eine kleine Abseits stehende Insel. Aber auf der hier ist nichts mehr, oder? Nein. Dann haben wir jetzt die komplette südliche Hälfte der Insel erkundet. Ja, und das Dorf ist wirklich nicht zugänglich eigentlich. Außer durch dieses Loch. Hier sind nämlich scharfe Klippen im Weg. Wo man sich nicht durchdrücken kann. Und hier unten eben so. Also ja, man könnte hier jetzt Wasser springen und rüberschwimmen. Aber ob Wolfsmenschen sowas machen. Und eigentlich auch von diesen Seiten hier ist die, ist das Dorf gut geschützt. Hier die beiden Tore zu machen. Und dann sind sie halt drin eingeschlossen. Nur die außen äußeren Hütten hier. Hier die Fischerhütte, das Lager hier und die drei Häuschen. Wobei die alle aussehen wie Lagerhäuser. Schlafen tun sie wirklich alle hier drin hauptsächlich. Also das hier sind teilweise Schlafbaracken. So, okay. Dann gucken wir mal nach Norden. Spiel wird gespeichert. Und wir sind im Norden der Insel. Also immer noch auf dieser Insel. Jetzt können wir uns hier umgucken. Wow, ein Schreckenswolf. Ich glaube nicht, dass diese Wölfe die Gefahr sein sollen. Von der man uns gewarnt hat. Und die wir ausräuchern sollten. Aber trotzdem sind sie gefährlich für uns. Deswegen sollten wir vorsichtig sein. Hierbei vorsichtig sein. Eigentlich sollten wir die Kugeln wechseln. Ah, dumm. Und nochmal. Schwups. So, okay. Die 20 Kugeln, die bewahren wir uns auf. Die sind nämlich wertvoller. Und die da brauchen wir ja nicht unbedingt. Die Kugeln. Was? Nichts leichter als das. Hier. Jetzt gucken wir uns erstmal hier im Süden um. Oh, noch ein Wolf. Normale Wölfe. Ein ganzes Wolfsrudel. Aber ein riesiges Rudel. Aber eigentlich fast keine Gefahr. Au. Äh, nicht so weit auseinander. Die kommen sogar wieder zurück. Wir rannt. Man kann es ja mal versuchen. Für die Gefallenen. Beinahe unter meiner Würde. Hier geht's lang. Hier ist ein kleiner Pfad. Abgelegt. Aber wo führt der hin? Na, auch wieder nur in den Süden der Insel, ne? Ja, hier geht's nicht weiter. Hier sind steile Berge im Weg. Okay. Und gegen diese Wölfe hätten wir jetzt eigentlich nicht die guten Schleuderkugeln verbraten müssen. So, weg mit dir, Wolf. Ein Kanonenturm. Ja, das ist auch so eine Sache. Eigentlich sollten Kanonen in der Zeit noch recht selten gewesen sein. Aber hier steht einfach ein Kanonenturm. Vor allem eigentlich, zu Baldurans Zeiten sollte es noch gar keine Kanonen gegeben haben. Bis zum nächsten Mal.